bandit sitzt hier was einer hey was geht wo sind die anderen ganz eigenes abenteuer wieder die noch zurückgelassen aber ich wollte auf euch warten darf ich euch etwas fragen etwas persönliches ich bin singe keine eurer taten einen unterschied macht egal wie viel ich töte die kommen immer wieder wer tut wer tut uns so nennen mächtig sicher aber auch mit fehlern ich gebe mir mühe aber mein bestes ist leute nennen mich nicht für johann den aussagten nein tun sich nicht wird das einfacher jeder bewundert mich nein schon ziemlich mit einem guten verbündeten aber einen guten verbündeten möchte sein und helden der rede passt überhaupt nicht zu meinem charakter wer hat uns bitteschön in dieser welt hält genannt stämme jeder jede person die uns irgendwie über im weg läuft hätte uns für einen verrückten also hast du diese geschichte von diesen psychopaten gehört der durch die welt reist ja er wird von sting begleitet dieser typ der live erledigen will ja wir kämpfen gegen große übel und die reiten auf pferden ein ist ein baba kurz sagen mutter ist tot man muss in einer stadt irgendwo wie viele kultisten haben sie getötet wie viele leute tun wir ja vorbei rennen blut immer langsam wenn ihr jetzt sterbt seid ihr für immer mit dem jahrs am baum gefangen das will doch niemand ich kann gut allein zurecht ich habe blut auf meinem mantel ja so wie es der baum gesagt hat der regen die höllen brot alles kam aus dem höllentor unter dem stadt palast sie hat den weg geöffnet da kann auch einfach nur klima dieses ort sein dass das aufnimmt ist sanktual hat gottes tränen weil die uns zuhören müssen oder einfach nur brot nektar aber irgendwie habe ich jetzt gesehen haben müsste doch die letzte mission der letzte dann schon ist irgendwie in der kapelle oder so an der kathedrale naja kann sein stand da bei dem stufenwechsel ja die kapelle ist ein klo war stadt schon so ein kleiner spoiler da wir in der finale kampf stattfindet ist gewollt sie wollen ein exempel stadt der wohl abgestochen ich habe das dachte du hast denn jetzt irgendwie weil du den angefangen das zeichen auf das wir gewartet haben die emotionale musik ja gerade und hat diese leiche viel geld die worte eines wahren helden die leute nennen mich ein helden sie nennen mich mit schützer der menschheit sie nennen mich gut aussehen ein körper eines adonis sie sagen so viele sachen die zeit der prophezeitung ist gekommen bitte sagen macht die tür auf ich sonst denke ich mit meiner lanze da ist eine tür fest ich werde sie in dieser jauche grube die sie heimaten enttöten und den weg zu den himmeln erfüllen alles fühlt sich ein spähe aus licht durch schlägt das herz des asses ihr die ihr heute im kampf sterbt sterbt himmelberg versammelt versammelt die trocken ein palast wir marschieren auf die hölle und danach wie ist euer plan der stein und wir brauchen die verdammten engel nicht also wahr solche anmaßung ihr prallt mit einem fragment dessen was dies einmal war der welchstein beschmutzt von den händen von narren und wird sie noch mächtiger werden ja toll wir wollen so einen stein weggenommen jetzt müssen wir einen neuen machen dann ja okay was jetzt so wie vorher irgendwie schon jetzt haben wir keine waffe mehr ja nur warm genau haben die warum überhaupt mischen wir uns da ein ich würde sagen so lange hat irgendwie mehr chancen als wir haben sorge für ja ich weiß aber okay ja ich kann gegner durch die wand angreifen ja ein paar gegner mit a 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 könnt ihr sagen das würde nichts ändern der einziger potenzieller verbündeter ist gerade mit uns voll der bully dann stein weggenommen wir müssen ja unbedingt vor dem flexen bei mir hast du hat gesagt ich weiß ja okay ich dachte du hast eigentlich ich dachte mir ich hab dann auch bei mir gesagt das wagen ich bin er hätte meiner geschichte nicht du ich komme in den katz ihn zwar aber nicht immer dann wird ja so macht gerade wenn wir irgendwie in der finalen schlacht oder so eine emotionale musik vergebene akku löst sind dann so weit was geht ab hat jemand ein schirm blutflecken gehen so schwer auf pelzmittel raus gesegnet sei das licht gemeinsam wird uns der vater er lösen er hat unseren seelenstein an sich gerissen ist der wille des lichts glaubt ihr das immer noch wie könnt ihr an uns zweifeln nach allem was wir für euch und jürgen getan haben zumindest muss er euch nicht so sehen bleibt zurück brüder ruhig sünde hat konsequenzen ich vertraue auf die rechtschaffenheit des vaters wir wollen genau wie wir unglaublich in arius erwartet uns müssen wir so weit von gegen den auch noch kämpfen bei uns mit lilith kloppen sagt aber dass ihr bereits nein hier ist nichts ganz hier kommt ja hier gucken natürlich hört schon so nach final battle irgendwie schon mal gucken wie ich uns kenne stadt bei mir ja vorher in den finalen kampf ich nehme an erst mal müssen wir gegen ihn kämpfen euer volk sie brauchen hilfe die brauche auch gemeinsam sind wir schneller die stimme der vernunft ein seltenes vergnügen sehr wohl ihr dürft uns zum tor begleiten herr dritter der tag der prophezeiung ist da der vater wird in der hölle töten und seine gläubigen in den himmel erheben ok die ganze armee marschiert nach oben ja alle was mir oben noch gar nichts ich könnte mal hier oben da sind ein paar gegner aufgedauert ein paar freundlich kommt wir müssen wir hier bleiben bei den gegner noch wirklich da mache ich eben mit was hier los bei mir hat er bei dir auch so ja ja da hängt ja aber irgendwie am boden da war dann schild 1000 erheben ergeben akkule dann kann zumal hat ihn da die aktien ja 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 nun ist ja ja konnte ich freue ich noch nicht mehr toten boss dann schon mal meine rote melden es war vielleicht ein bisschen aber ganz ehrlich nein nicht und zu nur der fähig nein der von nicht naja wenn ihr dann hier die rote gefäß da ist ja deine lebensenergie ja daran könnte auch gucken wenn irgendwie auch scheiße ich wollte gar nicht klettern das will ich allein mit denen ich sehe da unten wie gekämpft wird ja ja dann kannst du auch gucken wenn er an das gefäß guckt wenn irgendwelche status effekte irgendwie unterleidet naja was bedeutet hat männer zu zerschlagen ist ja dann bist du verwundbar dann nimmst du mehr schaden ich kann mich hin und so mit uns hat die ganze zeit irgendwie verändern er ist ablaut dann 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 Ich werde nicht mehr gehen! Ich werde nicht sterben! Alle meine Soldaten sind tot! Und ich habe keine Leiche zum Widerbleiben! Und... Die sind alle am Kämpfen da unten! Das war auch... Oh, nice! Der Dicker hat die Wand kaputt gemacht! Da muss man wieder bei euch bleiben! Ich mache hier mit! Das ist eine sehr merkwürdige Stimme für den großen Typen! Wir können ihr nicht trauen! Ja! Aber sie haben eine Armee! Und wir haben ein gemeinsames Ziel! Für den Moment! Ja! Über dem Tor! Schaut wie ein Wind aus! Bist du da oben schon? Ich spreche gerade mit den Leuten, die sagen, wir sollen nach oben gehen und die da kaputt haben! Hier muss ich noch machen! Dafür muss die gesamte Gruppe anwesend sein! Ich kann das eigentlich alleine! Ich muss mir helfen! bei mir ist ein ganzer untergegangen der eine müsste tot sein mein gott mal wieder gerne weil wir schlisten sie muss gerissen so kann drehen wir kommen jetzt hier rüber ja leute ja ich bin ich so ist ja tot ist nie ehrenvoll weiter stärke endlich mal irgendwie kann ich zweimal mit den lande agieren irgendwie konnte ich zweimal mit den interagieren aber zweitmal habe ich da richtig bekommen zwei punkte mehr stärke das ist eine neue Kriste das ist eine neue Kriste das ist eine neue Kriste das gefällt ich bin noch nicht bereit es war das der herr der schmerzen wenn ich mal normale namen die freund von allen er hat schon ein bisschen mehr aus Ja, das geht jetzt an den Boss, ne? Ja, aber stark. Ja, schick. ja es hat drei karten Da ist sonst nachdem er getroffen will Aua, Aua Fuck U2 Legendäre Ja, Legendäre Wurzeln Faust der Ahnen Erzeugbeben Erzeugbeben, die sich ausbreiten Einander Eigentlich meine Legendäre Handschutz Fertigkeiten versorgen Das hat jetzt stattgefunden Ich weiß nicht, ob diese Fähigkeit Er hat den Schaden gespürt Auf jeden Fall Erscheinend ist typ physisch Ja, bitte Aber wir können nochmal hier Aber jetzt wüsste wo die Fähigkeit ist Oh Oh Mal der Ohr an So eine Ohre an Seitdem ich gerade habe Ach so die ist Ja, ich glaube wir Langen auf so ein bisschen wichtig ich habe es nicht gewinnen also mache es noch mal vorher das sieht irgendwie unbeeindruckend aber vorher jetzt sagen weil wir waren da 500 von angriff so meinen viergang griff wenn beben oder was ja ja der mann beben ist dass man ungefähr für den ich immer gut brauche der karte sieht noch komisch aus irgendwie grün jetzt bewegpunkt dem himmel sei dank ihr seid hier ich habe es aber zeit nicht ohne da wird bloß nicht ohne uns kollegen ihr hättet bei brava die fassung behalten sollen ich weiß aber ihr hättet den stein auch nicht wegwerfen schon kann der edelsteine mal gefunden ich bin bereit jenseits des flammenmeers im reich von mir ist immer bereit ich werde darum hat lillith ihn ins kosmen befreit dort werden wir sie finden und was dann wir haben den stein nicht einen grund warum man nicht besiegen kann er ist immer bei mir sie aufzuhalten richtig steigen mit neuen verbinden zu entthroren der hölle ab wenn es sonst nichts ist ja vielleicht sollte so dein felsmantel das könnte heiß werden ja könnt ihr es einmal sein lassen es geht nicht darum euch zu bedrängen das ist die einzige möglichkeit lilles niederlage zu garantieren wenn wir die aufgehört bei mir zu gehen seid ihr fertig jetzt schon denkt über meine warte nach in ordnung scheiße sich fühlt oder sind edelsteine gerade hast du gesagt dass wir finden nur ich habe einen ja da redet mein duschen für dich selbst aber heute noch gar keinen gefunden oh also oh Gott mein charakter geht sofort auf die knie ich will die gar nicht gucken was wir da machen ich bin oh Oh, ich... Vater... Wer sind die denn? Ja, ich glaube, sie ist da drin. Da hätten wir auch ohne diese Vision drauf gekommen. Ja. Lil Fc dürstet nach der Macht ihres Vaters. Ob wir nun euch oder den Stein verwenden. Wir müssen sie aufhalten. Wir müssen sie aufhalten. Wir folgen ihr in den Hass selbst. Er wird unsere Herzen noch mehr verbettern. Uns gegeneinander aufhäpfen. Er ist ein, dass wir hier sind. Gemeinsam. Ich bin noch nicht voller Hass. Ich bin noch voller Hass. Ich bin noch voller Wut. Das ist ein bedeutender Unterschied. Dann gehen wir mal in die brennende Hölle. Brennende Hölle. Mehrzahl. Das sind die gefrorene Hölle. Hm. Ich glaube, hier mache ich meine Sommerresidenz hin. Hier ist alles falsch. Die Luft. Der Boden unter meinen Füßen. Die hat ja da. Da ist ein Riese. Hm, ja. Ja. Der Baum kommt. Hallo. Hi. Bei uns ist das wohl der Schultritt. Ja, ja. Oh Gott. Der Schild hat sich geöffnet. Und der Schild hat mich geertet. Mein Stamm heißt jetzt so stark. Hm. Hm. Ah, der hat mich da weggezogen. Ja. Da ist ein Rassel Schüttler. Na ja, wo? Ich hab ihn schon. Hm. Halt, komm nach euch! Das sind die Katze, nebst würde ich jetzt. Ich mein da in der Nähe. Und jetzt sind hier besser. Ich bin auch nicht. Wir kennen? Das wird nicht. Nein, da bin ich nicht rein. Nein, da bin ich auch nicht rein. Dann scheint es die Nachhut in einen Hinterhalt geraten. Die anderen müssen vorgegangen sein. Ich weiß nicht, dass die Ängel ist, dass die Ängel in den Wald ist. Ehh na ich bin auch nicht bereit und stecht ich freue mich ja nur goldene sachen ja so viel explodierende schuss euch einfach weg ja ja das ja 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 Nein, 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 nein haben an den metall verschwärter voll das ganze zeug ich kann ausschlagen tun die an tun überhaupt auch nicht kämpfen der matthai im durch oder genauer stiefel habe ich schon wenn wir unter dem einfluss von kontrolle und aufhaltsamkeit mal welche war jetzt ausgerüstet ausgerüstet aber ich dachte mir da werden altar ich dachte ich habe zu umarmen auf der kreis in der ich war ja normaler ja da habe ich mal meine rüttel mädchen der donat 50 betäubte gegner überwältiger nachscharf richtet hier lag in der axt ist genau gleich wie das ok die ist genau gleich wie die andere waffe nur alt hat jeder effekt ein bisschen stärker ist ja oder ich mag es mal schon zu sagen ich muss mal gucken also konnte jetzt habe ich zwei äxte nein ich habe zwei dann jede stadt da kommt einer rausgetroffen beides immer ein paar marshmallows die ganze zeit macht ihr ihn also eingefahren sind in der rahmen zu bekommen ich habe ich lege der beschworen hat dann hier das war auch beschworen da die entwickler sind gerade aufgetaucht sind alle reingezogen worden Hm. okay warum ist dann ausgegraut was bedeutet ein meiner aspekte ist irgendwie ausgegraut ja um eine meiner fähigkeiten ja hochzuleveln nur text ist grau anstatt orange vielleicht weil du das schon maximiert hast die fähigkeit 1 3 habe ich ich auch nicht als der ist ausgeraut in deinem inventor ja ich habe den ausgerüstet und du hast ein stern daneben oder aber der text ist grau anstatt so orange und das ist eine legendäre klamotte doch gerade erst ausgerüstet ich habe sie schon umgedreht den seelenstein mehr zurückgeklaut das ist schlupfen die seite der kampf ist nicht vorbei ich glaube die seite von bloß klose jetzt noch andere schlupfen die seite wie oft dann weiß über schlupfen die geräte damit wir sehr viel sehr auf der anderen seite dieses helles erlösung na nicht für die ritter die ihr in die hölle geführt habt und auch nicht für euch die ganze zeit als wir euch in kaldeon geholfen haben hattet ihr den stein oder vertraute vertraute ihn mir an und ihr ihr habt ihn unverschämter kettler diener der dunkelheit ihr seid alle verdammt lasst sie der Hass hat sie vergiftet ist sie die einzige vergesst nicht wozu wir hier sind gegen wir kämpfen was schlagt ihr vor ich habe ein ton ein mittelchen um den schmerz zu betäuben und sie in bewegung zu bringen trinkt aus brava wenn ihr klug seid kehrt ihr nach kaldeon zurück solange ihr noch könnt die kathedrale ist im chaos versuchen wir sind jetzt auf uns gestellt bleibt zusammen ich habe mich an hier oh nein den brava gesprochen hat boah hat er sein gewonnen schon sagen warum liegt mehr da weiter wird der finale kampf gleich wenn wir in der kathedale gehen mal sehen boah ich tue es einfach da durch im in 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 Ey, ich hau dich, ich hau dich. Oh, ich muss ja hierhin vorbeikommen. Ah, ist ne Ruhe. Nein, nein. Ah, jetzt war die Gemma's vergessen. Warte, vielleicht ist er ja weit. Ja, da war der Truhe. Da war der Truhe. Kennst du gar nicht. Ja. Ja, so komisch aus. Ja, diese Vulkane, die aus dem Boden kommen, die erinnern mich an, an Elder Scrolls. Was ich den Vulkan hatte. Ja. 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 Ja, ich war einfach, aber nicht zu sein. Ja. 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 Ja, ich war einfach. ich denke die ganze an sind alt wäre also in so rote lichter also ich auch eine kathedral auf der karte und kämpft ihnen ja noch alle noch mal in der leute ich würde die gegner war ein bisschen schneller dass ihr seid ihr die helden das doch ich glaube sollte man bei den beim ich gehe mal hoch naja ich wusste naja jetzt habe ich eine blöde holzsack sein gesammelt wir müssen ja wir sollen ja nicht dadurch ich glaube ich hätte ich wieder belegen kann aber 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 wir müssen ja oben lang regnet bomben da können wir nicht als der weg ist doch noch geschafft heute in dem park bestimmt ganz toll das doch ich muss warten nein daneben ich muss warten ich muss warten ja noch nicht tot oder ich muss noch mehr von diesem verdammten jetzt kommen wieder gegner das ist kaputt gemacht die andere schon die wahl rein oder hier ist ja dann noch weil er hat angezogen vielleicht ist jedoch tot gewesen so schnell gestorben haben sich gemerkt Ow, ow, ow.